Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Redl und ich begrüße euch oder besser gesagt dich zu diesem wunderbaren Tutorial, in dem es darum geht, ohne Umwege von einer zweidimensionalen Zeichnung zu einer bewegenden Animation zu kommen. Das klingt vielleicht erstmal etwas anspruchsvoll, ich meine etwas Statisches in etwas Dynamisches zu verwandeln. Das kann schon manchmal der guten Laune den Garaus machen, aber nicht in diesem Fall, denn wir benutzen ein ziemlich cooles Tool, nämlich Crazy Talk Animator in der Pipeline Edition und damit lässt sich also eine 2D-Grafik in einen sich bewegenden Charakter transformieren. Im Hintergrund hast du schon unsere levitierende Dancing Queen entdeckt und exakt das ist eine erste kleine Preview dessen, was du nach diesem Tutorial zum Animieren von 2D-Charakteren anhand von Knochenstruktur-Templates alles selbst machen kannst. Um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, gliedert sich dieses Video in zwei Etappen, in denen ich die Vorteile der PSD-Importfunktion für nicht professionelle Animateure zeigen möchte. Heißt im Klartext für dich, wir erstellen in Photoshop einen Ganzkörper-Cartoon-Charakter und werden den dann splitten in unterschiedliche Ebenen, also für den Kopf, für die Arme und so weiter und dann werden wir in Photoshop unsere PSD-Datei so präparieren, dass Crazy Talk Animator 3 das auch frisst und im zweiten Teil importieren wir das Ganze dann zu Crazy Talk und beginnen mit einfachen Einklick-Animationen, die wir uns aus einer prall gefüllten Bewegungsvorlagen-Bibliothek herausziehen, um unseren Charakter zu animieren. Seid ihr ready? Dann Feuer frei und los geht's. Ab zu Photoshop. Ja, liebe Freunde, wir fangen jetzt nicht ganz vorne beim ersten Buch Moses an, denn ich habe euch ja schon was mitgebracht. Schau mal hier, diese PSD-Datei, da befindet sich schon ein Charakter drauf, mit STRG-T kann ich hier mal das Transformieren-Werkzeug nehmen und dann seht ihr, das ist eine in sich geschlossene Ebene. Hier sieht man es. Und dieser Charakterebene, den habe ich nochmal auf einer weiteren PSD-Datei etwas aufgeschlüsselt. So, ist exakt das Gleiche, aber mit dem Unterschied, dass hier auf der rechten Seite im Ebenenbedienfeld alle Ebenen separiert sind. Und zwar sechs Stück an der Zahl, wodurch sich praktischerweise mehr als nur eine Handvoll Möglichkeiten für uns ergeben. Ich kann euch mal zeigen, wenn ich hier diese Ebenen ein- und ausblende. Also wir haben Head für Kopf, wir haben hier das Bein rechts, also sein rechtes Bein, jetzt nicht hier von der Draufsicht, das linke Bein, den Torso, dann haben wir Arm und noch einmal Arm. Natürlich lassen sich diese Ebenen auch einfach verschieben, ihr seht, das ist wirklich kein Hexenwerk, ihr müsst nur euren Charakter, den ihr gebaut habt, einfach entsprechend aufschlüsseln und dann funktioniert das. Wenn wir uns einmal den Torso ansehen, also Hip, und dort mal die Deckkraft reduzieren, dann seht ihr auch, aha, wir haben hier an unseren Gliedmassen abgerundete Ecken. Das ist ganz praktisch, wenn später die Animation erfolgt. Denn wir wollen ja nicht, dass unser Charakter sich später wie ein Cyborg bewegt oder ein Transformer, sondern in homogenen Bewegungen ganz authentisch daherkommt und deswegen bieten sich diese abgerundeten Ecken sehr gut an. Aber das zeige ich euch später nochmal ganz genau, warum das so wichtig ist. Jetzt werfen wir einen Blick auf unsere Ebenenstruktur hier rechts. Denn hierbei ist es besonders wichtig, und das möchte ich wirklich mit einem doppelten Ausrufezeichen betonen, dass ihr die Ordnerstruktur exakt so macht, wie sie hier jetzt niedergeschrieben ist. Also, die Namen der Ebenen müssen exakt so sein, damit Crazy Talk später genau weiß, ah, das ist der Torso und das ist der Kopf. Nicht, dass, wenn ihr den Arm bewegen wollt, sich plötzlich der Kopf bewegt und so weiter. Das könnte nämlich unterm Strich ein wenig befremdlich aussehen. Habt ihr also euren Charakter entsprechend vorbereitet, benötigen wir ein Template mit der entsprechenden Knochenstruktur. Und die laden wir uns jetzt. Jetzt muss ich mal in den tiefen Sphären meines Dateisystems danach suchen. Ah, ich glaube die, nein, die war es nicht. Also, irgendwo in der kaputten, heilen Welt meines Windows-Systems, da werde ich das gleich noch finden. Ich glaube, hier ist es. Ja, okay. So, diese Datei, die bekommt ihr natürlich auch vom Hersteller. Das ist das Template, mit dem wir arbeiten müssen. Und jetzt werde ich ganz einfach mir diese Ebenen krallen und diesen Charakter hier rüberziehen. So, dann kann man den positionieren. Ihr seht schon, wir müssen ihn ein bisschen kleiner machen. Mit gedrückter Shift und Alt-Taste könnt ihr ihn proportional reduzieren. Und dann achten wir darauf, dass er in etwa oben auf jeden Fall mal sitzt. So. Und nachdem wir ihn transformiert haben, öffnen wir uns hier den Ordner RL-Image. Und da kann man hier vielleicht fast mal das Bedienfeld etwas vergrößern. Ihr seht jetzt darin für jede vorgesehene Gliedmaße auch den entsprechenden Ordner. Und wir ziehen einfach das hier rein. Also, Head kommt natürlich in den Kopf. Das rechte Bein kommt in den Ordner für das rechte Bein. Hier unten links ebenso links. Hip ist der Torso, den setzen wir hier rein. Linker Arm hier und der rechte Arm hier oben. Dann können wir diese weiße Grafik, die findet sich hier, die können wir einfach mal löschen. Die brauchen wir nicht mehr. Und im nächsten Fall werde ich noch einfach die anderen Ebenen ausblenden. Also seht ihr, die müssen wir drin lassen. Aber diese Talking Head zum Beispiel, das ist dann für später. Wenn ihr etwas fortgeschrittenere User seid, dann könnt ihr nämlich diesen Charakter auch noch zum Sprechen bringen. Quasi für Mimik und andere Sprachakrobatiken. Anschließend werden wir die Bewegungs- und Drehpunkte ausrichten. Und das erfolgt jetzt folgenderweise. Wir haben hier oben zum Beispiel den Kopfbereich. Den können wir direkt so lassen. Das ist auch der Kopfbereich. Hier findet dann nachher eine Bewegung statt. Also das bedeutet, wenn ich jetzt hier mal den Punkt hier runtersetze, den Referenzpunkt, damit sich der Kopf dann entsprechend nach links und rechts bewegen kann. Das hier ist natürlich für den Arm. Das gleiche auch hier. Wir können auch hier mal jetzt die Deckkraft des Torsos reduzieren, damit ihr genau diese Punkte richtig ausrichten könnt. Ihr seht das hier. Schön im Zentrum des Schultergelenks. Und dann natürlich auch hier das Ganze etwas rüber. Die eine Ebene können wir eigentlich wieder einblenden, damit es etwas verständlich ist. So, Hip. Hip ist natürlich hier unten. Die beiden Beine, die setzen wir hier auch nach oben. Hand und natürlich das Ende der Hand hier unten hin. So, dann gehen wir noch nach unten. Kniescheiben. Ich glaube, die sind etwas höher. Ungefähr hier auf halber Höhe. Und im unteren Bereich, da werde ich jetzt einfach mal ganz kurz diese beiden Beine sperren. Und zwar über das Icon hier oben. Und dann kann ich diese ganze Gruppe hier nehmen und einfach nach oben schieben. Ihr müsst hierbei bitte Obacht geben, dass diese rote Linie, das ist die Grundlinie, das ist also der Boden. Wenn ihr das jetzt quasi so habt, dann fängt euer Charakter zum Schweben und Levitieren an. Das wollen wir nicht, also wir müssen das möglichst präzise setzen. Und genau das hier ist der Querschnitt eures Charakters, die blaue Linie. Das lässt sich dann noch ein bisschen versetzen. Die Zehen vorne. Und ist ganz praktisch, ihr habt hier mehrere Punkte, wenn ihr zum Beispiel Charaktere habt, die große Füße haben. Dann gibt es hier also noch zusätzliche Dreh- und Angelpunkte. Ebenfalls, wenn ihr kurze Füße habt, einfach das Ganze nach oben schieben. So, jetzt müssen wir natürlich die Deckkraft wieder herstellen. Und zwar auf 100% und diese PSD-Datei einfach mit Steuerung oder Command-S speichern. Ja, ziemlich einfach, oder? Das war nämlich schon alles, was wir in Photoshop vorbereiten mussten. Jetzt hüpfen wir nämlich zum zweiten Teil zu Crazy Talk und importieren diese PSD-Datei. Funktioniert übrigens auch noch mit anderen Bildbearbeitungsprogrammen. Da müsst ihr mal reinschauen, zum Beispiel Affinity Photos dabei und noch andere. Einfach mal einen Blick auf die Website werfen. Jetzt, liebe Freunde, und jetzt sind wir bei Crazy Talk Animator 3. Und das wird euch nun die Lichter auspusten, denn wir können hier jetzt unseren Charakter einfach animieren. Aber nicht nur das, es gibt hier auch unterschiedliche Darsteller schon als Vorlage. Wir können hier mal in diese Bibliothek reinschauen. Da findet ihr Character und zum Beispiel Animals. Also ihr könnt auch Tiere damit animieren. Ja, vierbeinige, achtbeinige oder hier bei Charakteren hier zum Beispiel diese Nummer aus der Raritätenschau, wie wir sie hier sehen. Also ihr habt hier wirklich eine Vielfalt von Möglichkeiten in dieser Bibliothek. Das sind wirklich hunderte oder gar tausende Presets. Was wir aber wollen, ist unseren Charakter laden und das macht ihr hier links über dieses Icon. Ich lade mir hier die PSD-Datei einfach mal herein. Es dauert einen Augenblick und da ist sie schon wunderbar schön, wie eh und je zeitlos. Ein richtiger Mr. Nice Guy. Und wenn der ein oder andere Dame hier schon warm ums Herz wird, kann ich bestimmt die Mailadresse von unserem Hauptprotagonisten hier locker machen. Ein bisschen muss ich immer daran denken, wenn ich ihn mir jetzt so anschaue, er könnte so der Bruder von einem Sprachassistenten sein, so von Amazons Alexa oder so. Also Alex, ja. Jetzt haben wir dich also auch offiziell getauft. Du hast einen Namen, Alex. Und was kann man mit Alex machen? Das zeige ich euch mal hier. Ihr könnt jetzt im Vorschau-Modus einfach mal die entsprechende Preview öffnen. Und dann haben wir hier schon erste Bewegungsmöglichkeiten. Im sogenannten Designer-Modus, hier unten steht das. Also kurze Randnotiz für euch. Der Designer-Modus, der bezieht sich auf den Charakter oder das Objekt, das ihr halt animieren wollt. Und dort können wir die Teile des Charakters anordnen oder auch verändern. Wählen wir hier diese Knochenstrukturen an, dann sehen wir, aha, okay, man könnte das jetzt einfach so bewegen. Oder den Arm rauf und runter. Ja, man kann ihn auch so ein bisschen kratzen lassen. Oh, mir fällt gerade die Antwort nicht ein auf deine Frage. Ich muss Alexa fragen. Oder zum Beispiel natürlich auch hier an den Beinen. Zack, jetzt habt ihr es gerade gesehen. Leider auch ein bisschen anatomisch nicht ganz korrekte Bewegungen, weil das, oh, das könnte wehtun. Schnell wegmachen. Also so zum Beispiel oder dann hier natürlich in die andere Richtung auch. Ja, er könnte auch der Drummer von irgendeiner Hardrock-Band sein. Also es funktioniert alles. Ihr seht, das sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und jetzt weg vom Vorschau-Modus in den Bühnen-Modus. Was ist der Bühnen-Modus? Den findet ihr hier links oben zurück zur Bühne. Und dieser Bühnen-Modus bezieht sich auf alles, was quasi auf eurer Stage abläuft. Also Sound, Hintergrund und Bewegungen natürlich. Und gerade Bewegungen, das ist das heiße Thema, welchem wir uns jetzt widmen wollen. Was hier jedoch fehlt, ist erstmal der Inhalt-Manager. Also ihr klickt hier drauf und geht auf Animation. Und dort seht ihr schon Motion, Human. Also wir wollen menschliche Bewegungen haben. Da haben wir wieder unsere Raritäten-Nummer. Nein, ihr macht Elastic Folks Front. Also unser Charakter wird ja von vorne gesehen. Und dann können wir hier zum Beispiel unterschiedliche Bewegungen öffnen. Ich werde das hier mal ein bisschen breiter ziehen. Dann haben wir das zweizeilig. So, wenn wir uns jetzt eine Animation aussuchen, dann kann man natürlich hier aus den unterschiedlichen Gruppierungen wählen. Emotion, Idle and Talk, Move. Nehmen wir zum Beispiel Move. Dann seht ihr hier, wir haben zum Beispiel zum Rennen Run 1, Run 2, Run 3 drei Bewegungen. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Doppelklick drauf. Laden der Bewegung fehlgeschlagen. Natürlich, Dankeschön für diesen Ratschlag, denn wir müssen natürlich als erstes unseren Darsteller auswählen. Also, klickt auf den Darsteller und jetzt noch einmal einen Doppelklick drauf. Und ihr habt die erste Bewegung gesehen. Jetzt wichtiger Hinweis für zwischendurch. Also, wo ist denn jetzt diese Bewegung? Wir brauchen ja irgendwo eine Timeline. Und eben diese Timeline, die könnt ihr über F3 öffnen. Dann sehen wir diese Zeile hier unten mit den Frames, die hier dargestellt werden. Und dann macht ihr einen Doppelklick auf Bewegung. Und jetzt haben wir hier unsere Running Scene. Wichtig hierbei ist zu wissen, wenn wir das jetzt hier nochmal etwas breiter machen, Bewegungen bauen sich hier auf mehreren Etappen auf. Also, Run 1, S steht für Start. Dann haben wir hier L. L ist ein Loop. Den könnt ihr hier einfach reinziehen. Also, Loop ist eine Wiederholung. Und wir haben das Ende, wenn wir jetzt zum Beispiel das laufen lassen, zack, und möchten dann noch ein Ende hinzufügen, dann einfach einfügen. So, gehen wir zurück an den Start. Spielen das Ganze einmal ab. Dann haben wir Start, Loop und End. Das ist natürlich äußerst pfiffig gelöst, weil man möchte ja Bewegungen möglichst authentisch darstellen. Man möchte, dass die Bewegung Dynamik enthält. Und eine Dynamik beginnt nicht abrupt, ja. Sie beginnt auch mit dem Anzeichen einer Bewegung. Und das passiert genau hier, hier links. Schaut euch das mal an. Also, die Starts ziehen. Er fängt an, sich langsam zu bewegen. Zack. Und jetzt beginnt die Loop-Bewegung. Und dann endet sie wieder. So, und hier, genau das ist der Punkt. Seht ihr das? So funktioniert richtige Animation. Er schwenkt nach und stellt sich wieder normal hin. Die Arme schwenken noch einmal ein bisschen. Bap, 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 bap. Hier, zack, 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 zack. Und das ist eine möglichst authentische Bewegung. Gehen wir nochmal zurück an den Start. Play. Bap, 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 bap. Und los geht's. Ihr habt auch die Möglichkeit, natürlich hier diese End-Szene, die können wir mal nach rechts ziehen. Zum Beispiel könnt ihr diese Running-Szene auch verlängern. Indem ihr ganz einfach dieses Symbol hier anklickt. Loop oder Alt und Shortcut L. Und dann, wenn wir es jetzt erweitern, dann nimmt er immer ein Segment mit dazu. Seht ihr das? Zack, zack, zack. Und jetzt machen wir hier das Ende rein. So, gehen zurück an den Start. Und ihr werdet sehen, er läuft jetzt ein bisschen länger. Bap, 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 bap. Und aus. Jetzt kommt es natürlich manchmal auch vor, dass man Bewegungen aneinanderreihen möchte, die nicht in so einer schönen Loop-Reihenfolge vorgesehen sind. Zum Beispiel Surprised als eine. Die sieht dann so aus. Moment, die hier, die schmeißen wir uns mal kurz raus. Die brauchen wir jetzt nicht. Also, Surprised am Anfang. Dann nehmen wir zum Beispiel den Whiner, also er cried. Und im letzten Teil nehmen wir noch Jump. Zack. So, das ist jetzt eine Bewegungsabfolge, die jetzt wahrscheinlich nicht wirklich gut aufeinander abgestimmt ist. Bap, zack und zack. Und jetzt habt ihr genau an diesen Punkten hier gesehen, wo die Übergänge sind. Die sind noch recht abgehackt. Wir haben hier, zack, dieser Bereich, dieser Framewechsel. Das stimmt ja noch nicht wirklich. Stimmt ihr mir dazu? Also, ihr stimmt mir zu, dass es nicht stimmt, richtig? Genau so ist es. Mal abgesehen davon, dass man überrascht und weinen. Das stimmt ja noch. Aber, dass man dann vom Springen anfängt, das sieht man wahrscheinlich nur in Filmen. Aber gut. Wie können wir dieses Problem denn beheben? Und das ist ganz cool. Das ist nämlich hier dieser Blending Mode. Also, diese Transition Zone hier, dieser Bereich, nennt sich zu Deutsch Übergangskurve. Und diese Übergangskurve, seht ihr, die können wir ziehen. Verlängern und in die andere Bewegung mit einfließen lassen. Also, gehen wir nochmal zurück. Genau diesen Frame. Zack. Das war jetzt noch sehr abgehackt. Aber, wir werden jetzt diese Transition Zone einfach mal etwas verlängern. So. Und jetzt schaut euch das gleich nochmal an. Zip. So. Jetzt wurde diese Bewegung ganz smooth, ganz elegant ineinander übergegangen. Und hier, seht ihr das? Nichts Abgehacktes mehr. Nicht, als wäre man hier mit einem Fleischerball durchgegangen. sondern ganz elegant. Und los geht's. Er ist überrascht und fängt an zu weinen. Und jetzt kommt der Jump. Und genau hier haben wir das gleiche Spiel. Ich wiederhole das nochmal für euch. Ihr könnt diese Zone einfach entsprechend rausziehen. Ihr könnt zum Beispiel auch die Bewegung verlängern. Und dann ganz lange stretchen. So. Wie sieht das jetzt aus? Wir spielen das ab. Und ganz langsam geht er hoch und er fängt an zu springen. Also nochmal zurück an den Anfang. Einmal auf Play. Und wir haben keine abgehackten Sequenzen mehr. Nein. Es geht alles fließend ineinander über. Und da muss ich sagen, das ist so eine Art von Most Heavy Feature überhaupt. Denn das ist ziemlich cool gelöst, dass man hier wirklich smoothen Bewegungen erzeugen kann. Genauso praktisch wie dieser Blending Mode ist natürlich auch der Speed Mode. Das heißt, manchmal möchte man ja Bewegungen schneller ablaufen lassen. Ihr seht jetzt diese Bewegung des Springens. Die geht ganz elegant noch von sich. Man erkennt, wie er hoch und runter springt. Aber klickt ihr hier auf Schnelle. Ist ein bisschen komisch übersetzt, aber Speed heißt das. Und ihr fangt an, die Bewegung zu kürzen. So. Dann wird die ganze Bewegung schneller ausgeführt. Habt ihr gesehen? Das bedeutet, die Bewegung wird deswegen nicht abgehakt. Sie endet nicht hier, sondern alles, was in dieser Bewegung ausgeführt werden soll, wird auf weniger Frames aufgeteilt. Also es fängt an, schneller zu werden. Oder natürlich auch, langsamer zu werden. Lassen wir ihn mal ganz langsam springen. So einfach funktioniert das. Ohne Umwege, also von der Zeichnung zur Animation kommt. Und das über Crazy Talk Animator ist ein echt spannendes Gebiet, wenn man jetzt nicht so viel Ahnung hat. Wenn man nicht der super Crack ist und voll im Plan hat, wie diese Motion Designer arbeiten, sondern einfach für sich selbst mal sagen möchte, hey, ja, ich möchte das machen. Aber es eignet sich ja, wenn man das professionalisiert. Auch für Trailer zum Beispiel, Intro-Sequenzen. Wenn man Erklärvideos macht, weil man die Gesichter noch animiert und zum Sprechen bringt. Also da steckt schon ordentlich Potenzial drin, Leute. Bleibt natürlich noch die Frage, wie kriegen wir das aus Crazy Talk hier raus? Und zwar geht das ganz einfach. Ihr könnt es dann rendern und zwar Video rendern. In diesem Dropdown-Menü wählt ihr einfach noch das Format aus. WMV oder MP4 ganz populär zum Beispiel. Ihr könnt die Frame-Größe entsprechend anpassen und dann einfach auf Exportieren. Und zum Schluss habt ihr dann die entsprechende Datei auf eurer Festplatte. Und da wir uns jetzt langsam zum Ende neigen, möchte ich euch einfach noch zeigen, wo ihr denn weitere Informationen dazu findet. Ich wechsle mal kurz in den Browser. Jo, und das ist die Website, die Relusion.com. Ich packe euch diesen Link in die Beschreibung rein. Da könnt ihr direkt drauf klicken. und da findet ihr nochmal wirklich die Einzelheiten. PSD-Grafiken direkt animieren. Dieses Video mal anschauen, ist echt cool gemacht. Und dann der Weg zeichnen, wenn ihr das wirklich gescribbelt habt. Danach vektorisiert ihr es, baut es in Photoshop nach, ordnet es an, das habt ihr ja gesehen, das habe ich euch gezeigt. Ein bisschen testen und anschließend animieren anhand dieser ganzen Bewegungsvorlagen. Da darf man schon zugeben, dass Gottspielen gar nicht mehr so schwer ist, denn hier kann man wirklich einem leblosen Charakter plötzlich Leben einhauchen mit dieser Software. Und dort unten seht ihr auch nochmal die Kompatibilitäten. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mit Photoshop oder Affinity Designer. Und dann bleibt für mich nur noch zu sagen, Leute, es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ihr wart ja wirklich ein berauschendes Publikum. Alex und ich haben immer noch ein Tiritus im Ohr von euch. Und ich hoffe wirklich, ich konnte euch einfach mal kurz erklären und aufzeigen, wie einfach man von dieser einfachen 2D-Grafik zur Bewegung zum Schluss kommt. Now it's time to say goodbye, Leute. Meine Freunde, erstens, ich bin Stefan, zweitens an dieser Stelle raus. Tschüss, ciao und servus.